Hallo meine Lieben, ich nehme mich heute mal wieder mit auf Arbeit. Denn heute bekomme ich mal wieder eine neue Haarfarbe nach Ewigkeiten. Ich habe ja jetzt schon über ein Jahr dieses Pink gehabt, habe dann irgendwann mal so Lila-Ansätze mitgemacht. Ja, aber ich habe jetzt mal wieder Bock auf was Neues. Und zwar habe ich versucht, das Pink so gut wie es ging rauszuwaschen. Ja, an einigen Stellen ist es halt schon echt weiß, nur hier halt im Nacken war das rosa echt hartnäckig. Das Lila am Ansatz ist eigentlich so gut wie raus. Ich habe ja auch ein paar weiße Stellen und viel hat sich auch über hellblau rausgewaschen. Aber das würde bei der neuen Farbe egal sein und genau, dann würde ich sagen, mache ich mal los. Und ihr seht dann nachher bei mir auf Arbeit, was wir machen. Das Mischungsverhältnis für Ansatz und Länge waren 21 Gramm Peacock Blue, 19 Gramm Saphir und 22 Gramm Sky Blue von Crazy Colors. Und für die Spitzen haben wir 31 Gramm Tropical Blue und 31 Gramm Teal von Paul Mitchell Pop XG genommen und 29 Gramm Peppermint von Crazy Colors. Aufgrund, dass wir ein bisschen zu wenig immer gemacht haben, mussten wir ein paar Mal nochmal mischen, aber das ist das ungefähre Mischungsverhältnis der Farben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt fertig, Einara hat mir noch schöne Glöckchen gemacht, so sieht es hier am Tageslicht aus. Ich werde heute Abend noch mal die Kamera und meine Softbox aufstellen und dadurch das nur noch mal ordentlich von hinten zeigen, jetzt geht das gerade nicht so wirklich. Naja, ich fühle mich wie der Mensch. Ich fühle mich gut, das ist schön. So, ich bin jetzt zurück von Arbeit, filme jetzt auch mal mit meiner richtigen Kamera. So sieht das Ganze jetzt aus, mit ordentlicher Beleuchtung. Ich bin mega zufrieden, ich liebe diesen Mix. Oben haben wir halt eher so ein dunkles Blau gemacht, aber doch nur einen leichten Türkis, tatscht aber nur ganz leicht. Und unten haben wir dann halt richtig schön knallig Türkis und ja, ich liebe es. Ich glaube, das werde ich jetzt wieder eine ganze Weile haben. Ich glaube, das Video ist ein bisschen sehr kurz geworden. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich konnte heute nicht so viel filmen. Wir hatten heute echt ein bisschen Stress im Laden und ja, deswegen habe ich nur ein bisschen wenig gefilmt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben und verratet mir noch mal, wie ihr diese HV findet. Ich finde sie mega, mega geil. Genau, dann abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, denn bald gehen ja die Next Face Awards los, bzw. bald werde ich mein Bewerbungsvideo abdrehen und hochladen und ich bin schon mega nervös. Ja, aber ich hoffe, dass es wirklich cool wird und genau, dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag und ja, bis dahin, tschau. Bis dann. Ciao. Ciao.